Hallo, das kommt zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben jetzt einen Ladebildschirm wieder. Ist immer mit dabei, der Ladebildschirm. So, mal schauen, wie lange die Runde wird. Muss ich nicht ein bisschen lauter stellen hier, weil das ist Dead by Daylight. Hier geht es um Hören. Eigentlich schon. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde den wenigstens noch schön. Jetzt wenigstens noch schön. So, jetzt will es aber dann langsam losgehen. Ja. Darunter so, näher ins Hoch. So. Ich weiß, was cool wäre, wenn man als Killer noch springen könnte. Das wäre so nice. So als Killer noch springen. Das wäre es. Hallo. Shit, jetzt ist die abgehauen. Okay. 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 So. Okay. 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 Der Bus. Der Bus. LOL. Mann, ich hätte es fast geschafft. Das ist fertig, aber die ist hier irgendwo, weil... geht's nicht. Ja. Ja. Haha. Ja. Wo, dieser Bus. Das sind sicher so wieder Leveltypen, keine Ahnung was. So, aber einen habe ich jetzt. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü. Jetzt geht mit dem Grill. So. Gut. Oh, lol. Was sind dann die anderen? Jetzt gibt es keine Generatoren mehr, doch der... Ist das noch der einzige? Nicht euer Ernst. Okay. Gut, Daniel, warte hier. Nee, wo geht's da noch einen? Das war doch. Das war doch, aber... Wo hat's noch einen? Hm... Okay. Ja. Lol. Mann, mach doch! Oh. Das Game. Hallo. 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 hier mag ich einfach mal so als ob ich Ähm, verschwunden wäre, als ob ich AFK wäre. Das mache ich jetzt einfach mal so. Er wollte schon sagen. Ja. 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 Ja, der Vorausgang ist offen. Ja. 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 nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.